Es ist endlich soweit, meine lieben Freunde, es gibt erste Informationen zur Suchtis Factory Update 7. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory. Und es gibt Informationen zum kommenden Update 7 von Snart, meine lieben Freunde, genau. Er hat ein Update-Video rausgebracht, ein erstes zu neuen Inhalten, zu Dingen, die sich ändern werden, Map-Änderungen und was auch immer da alles noch kommen soll. Aber der Reihe nach, meine lieben Freunde. Ich bin hier gerade bei meiner Blade Runner Pyramide unterwegs, denn wir gehen jetzt mal durch einen Bereich auf der Karte, der angekündigt wurde. Der verändert wird noch einmal, wo es ein paar kleinere Changes geben wird. Und zwar hier, der Rote Wald, da sagt es Snart, da wird es auf jeden Fall ein paar Veränderungen geben. Generell wird es sich wahrscheinlich auch wieder eher um ein kleineres Update handeln. Es wird wohl auch wieder so sein, dass die Map wieder weiterhin ein bisschen überarbeitet wird. Wie gesagt, hier im Roten Wald wird sich ein bisschen was ändern, im Bambuswald. Eigentlich mehr im Bambuswald, aber das ist ja eigentlich der Bambuswald hier, der Rote Bambuswald, genau. Da wird es nochmal ein paar kleine Anpassungen geben. Und es wird sogar ein kompletter Map-Bereich tatsächlich verschwinden. Und es wurde ein mega geiles Feature angekündigt. Ein Feature, das ich persönlich extrem feiere. Wow! Ah! Oh Gott, schnell rein. Da kann ich erstmal schnell wieder rein in die Röhre hier. Genau, ein Feature, das ich unglaublich feiere. Dazu gleich später noch ein bisschen mehr Details. Da habe ich mir schon ein bisschen in die Hose gemacht vor Freude, als ich das gesehen habe. Genau, es wird ein Bereich verschwinden auf der Karte. Und zwar Paradise Island nennt sich dieser Bereich. Und man konnte ihn sogar gerade da hinten ein bisschen sehen. Das ist der Bereich hinter meiner Brücke, hinter meiner Hängebrücke. Da, wo wir mal die Schiene für die Züge langgelegt haben, da ist ja da dieser Todesbereich. Und dann daneben ist nochmal eine Insel. Die Insel ist teilweise im Todesbereich und teilweise nicht. Das, äh, wollen wir mal gucken, ob ich die von hier sogar sehe. Ja, genau da hinten, dieser ganze Bereich. Ne, ihr seht's ja, meine, meine Zugstrecke geht ja da lang, da so, ne, über den Wasserfall. Das hatten wir ja damals alles gebaut. Das habe ich, glaube ich, sogar im Video gehabt damals. Und da daneben ist ja diese Insel. Und die kann man teilweise betreten, aber teilweise ist er auch im Todesbereich. Und diese komplette Insel wird komplett wohl verschwinden. Ich bin mal gespannt, wie sie dann da diesen Übergang machen wollen. Weil ich kann mir das gerade irgendwie gerade bildlich überhaupt nicht vorstellen, wie das da dann umgestaltet werden soll. Weil da fehlt ja dann komplett die Mapstruktur. Und der Wasserfall ist ja dann trotzdem da noch irgendwie. Den Übergang muss man ja dann irgendwie gestalten. Wahrscheinlich wird der Wasserfall dann einfach vergrößert. Das hat er gar nicht so genau gesagt. Er hat auch gesagt, sie wissen manche Sachen auch noch gar nicht so genau, die im Update drin sein werden, weil sie manche Sachen noch in Arbeit haben. Also manche Sachen werden noch bearbeitet. Und sie wissen gar nicht, ob sie manche Sachen rechtzeitig schaffen. Deswegen kann er auch nicht genau, oder konnte er nicht genau sagen, was jetzt genau drin sein wird und was nicht. Also sicher ist einfach nur, es wird Mapänderungen nochmal geben auf jeden Fall. Und das ein oder andere neue Feature. Aber es wird ein Update sein, das insgesamt noch kleiner sein wird, als das Update, was wir in Form von Update 6 bekommen haben. Also das ist so ein bisschen natürlich eine... Ich glaube, der ein oder andere wird das ein bisschen schade finden. Aber man muss dazu auch sagen, warum ist das so? Sie wollen jetzt sehr gezielt auf die 1.0, also die Early Access Release Version sozusagen, hinarbeiten. Also sie wollen möglichst schnell aus der Early Access raus. Und das ist halt dann natürlich das Ding, da muss man dann natürlich schauen, dass man für die Updates ein bisschen ein paar kleinere Änderungen erst mal macht. So kosmetische Änderungen auch eher. Und der Rest wird dann halt zurückgehalten für das große Mega-Update dann wahrscheinlich. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass dieses Update, dieses letzte Update, dieses 1.0, was dann irgendwann mal noch kommt, irgendwann nach Update 7 halt, da ist jetzt der Hype natürlich schon ganz schön dann am Hochkochen. Also ich meine, meine Erwartungshaltung wächst natürlich auch immer mehr auf dieses letzte finale Update, auf dieses große, riesige 1.0-Update, was dann irgendwann mal kommt, je häufiger halt gesagt wird, ja, Update 6 ist jetzt noch ein kleines Update, Update 7 ist noch ein kleineres Update, weil wir uns die richtig krassen Änderungen aufheben für 1.0, ja, mit mehr Content hast du nicht gesehen. Ich bin gespannt. Also es wurde zumindest noch eine Sache kurz erwähnt, nämlich, dass sie auch an der Story arbeiten und dass die Story wohl kein riesiger Teil vom Spiel sein wird, sondern eher nur so eine kleine Sache, die nebenbei stattfindet irgendwie. Also, okay, ich bin gespannt, ja. Ich bin sehr gespannt. Es wird auch damit was zu tun haben, mit diesen ganzen Items, die man halt finden kann, mit den Summers Loops, mit den Masters Shares und so. Das wussten wir aber alles auch schon, dass das so sein würde. Das ist jetzt keine wahnsinnige Neuigkeit. Die Neuigkeit ist eigentlich die, dass es mehr so eine Nebenquest irgendwie so ist. Also keine Sache, die jetzt den Hauptaspekt des Gameplays einnehmen wird. Was ja auch logisch ist, weil Satisfactory, hat er auch selber gesagt, ist ein Fabrikaufbauspiel und kein Story-Spiel. Ja, das ist kein Adventure in dem Sinne. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass es so ist eigentlich und dass man so den Fokus legt natürlich. Weil, wie gesagt, ich glaube, viele wollen auch statt der Story lieber noch mehr Fabrik-Gameplay-Elemente drin haben. Könnte ich mir vorstellen. Und ja, das ist natürlich verständlich. Genau. Dann wurde noch ein Feature angekündigt. Genau, das ist eigentlich mein Lieblingsfeature, das wohl in Update 7 kommen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein geiles Feature, weil es ein Feature ist, das ich mir auch schon häufiger gewünscht habe. Es ist ein Feature, das auch eigentlich logisch ist, das eigentlich schon fast seltsam ist, dass das nicht schon vorher kam. Wir wissen ja, wenn man hier Stromleitungen legt, ne, in Satisfactory, dann wechseln die Anschlüsse ja jetzt, das war ja auch erst seit einem bestimmten Update so, je nachdem, ob man jetzt einen Mast gesetzt hat, anders gesagt, wenn ich jetzt vom Mast aus eine Stromleitung lege, genau, dann wechselt ja der Anschluss entweder zum Mast oder zum Wandanschluss, ne. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe häufiger immer mal gesagt, wie geil wäre es bitte, wenn das bei Förderbändern auch so wäre, dass die einfach dynamisch umswitchen beim Bauen, ne, zwischen Wandhalterung und Bodenhalterung. Standardmäßig ist es ja so, wenn man ein Förderband baut, zumindest jetzt aktuell noch, dass man einfach nur so ein Stützdings hat und wenn du hier an die Wand gehst, klebt einfach dieser Stützpfosten halt so in der Wand drinnen, ne. Also das hängt dann einfach da so komisch, aber kann gar nicht erst platziert werden, je nachdem. Und in Update 7 wird es tatsächlich endlich so sein, dass diese Halterungen dann automatisch auf Wandhalterungen umswitchen. Und wenn ihr das auch so geil findet, wie ich, dass ihr dabei Pipi in den Augen habt, dann lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt übrigens auch sehr gerne in die Satisfactory Playlist reinschauen, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie geil ihr das findet, dass dieses Feature kommt. Ich muss sagen, ich finde es schon ziemlich geil, dass dieses Feature kommt. Ich freue mich wie ein Schneekönig, dass dieses Feature kommt. Denn wenn ich überlege, was das immer für ein Frickelfrackel gewesen ist, als wir hier zum Beispiel die Gigafactory gebaut haben, die Förderbänder zu verlegen, an der Wand lang und dann nicht an der Wand lang. Und dann haben wir uns oft gesagt, wir legen sie einfach kreuz und quer, weil das geht halt schneller, bevor wir da ewig Wandhalterungen bauen. Das machen wir alles hinterher und so. Wenn man jetzt eine Fabrik baut, nach Update 7, dann ist es egal. Man kann seine Förderbänder an Wänden und sogar, und das ist das Geilste überhaupt, unter der Deck langlegen direkt. Du kannst das Förderband an die Decke halten und dann entsteht eine Deckenhalterung. Und das ist geil, weil das war am nervigsten, fand ich immer. Wenn du versuchen wolltest, die Förderbänder unter einer Struktur langzulegen, weil du musstest ja immer, und das habe ich hier sogar in der Gigafactory an einer Stelle ja probiert, du musstest ja immer erst so ein Gerüst unter der Foundation aufbauen hier, genau, ne, sowas hier, damit du da einen Dengelpunkt hast für das Förderband, damit du das randengeln kannst. Jetzt kannst du das einfach unter die Foundation hängen. Und das ist geil. Da habe ich wirklich Pippi in den Augen gehabt, als ich das gesehen habe. Da ist mein Leben in Sekundenbruchteilen an meinen Augen vorbeigezogen. Es ist der Wahnsinn gewesen. Ah! Und was auch der Wahnsinn ist, das ist ein gutes Stichwort, denn die Gegner, also anders gesagt, es wird einen neuen Modus geben oder beziehungsweise es wird verschiedene Spielmodi geben in Update 7, sodass man die Gegner auch friedlich schalten kann. Weil ich weiß, dass es einige gibt in der Community, die schon immer mal gesagt haben, ja, das ist voll nervig mit den Gegnern, eigentlich will ich die gar nicht bei mir drin haben im Spiel, die machen eher eigentlich nicht wirklich was, außer Nerven und so. Und die kann man ausschalten dann. Es wird einen friedlichen Modus geben. Und das ist natürlich nice. Da kann man dann wirklich auch so eine Art, ja, so einen kleinen Zoo sich eigentlich aufbauen, indem man einfach so Scheiben um die Viecher drumrum baut und sie dann einfach beobachtet, wie sie da ihre Dinge machen, Dinge tun, ihrem Tagwerk nachgehen. Das ist schon nice auch. Also, es sind wieder vielleicht nicht die größten Änderungen in dem kommenden Update, aber ich muss sagen, was da jetzt schon so zu hören war, ich bin schon, ich freu mich drauf. Ich freu mich drauf. Ich bin sehr euphorisch. Es ist jetzt wahrscheinlich wieder nicht der Fabrikinhalt an sich, der jetzt da irgendwie kommen wird. Also, keine neuen Anlagen, keine neuen Rezepte. Zumindest, wie gesagt, viele Sachen hat er ja gesagt von denen, oder einige Sachen sind noch nicht fertig oder er weiß noch nicht genau, ob sie rechtzeitig fertig werden für Update 7. Kann also sein, dass da durchaus noch Anlagen kommen, das wissen wir jetzt nicht. Aber, ja, also, das was wir jetzt wissen, sind halt vor allem, ja, so wieder Quality of Life Änderungen eigentlich, die dem Spieler es auch ermöglichen, sein Spiel an seine Bedürfnisse so ein bisschen anzupassen. Das finde ich eigentlich immer sehr nice, wenn sowas reingebracht wird. Wie gesagt, es wird auch wohl irgendwie noch einen Creative Modus geben, aber der kommt wohl ein bisschen später, wo man dann halt wirklich ohne irgendwelche Freischaltungen und irgendwas dann halt bauen kann. Also halt wirklich so ein, so ein reiner Sandbox, wo du einfach was auswählst und du platzierst, du musst es nicht freischalten, du musst es nicht erforschen oder so, brauchst auch keine Ressourcen dafür, du kannst einfach bauen. Das ist auch eigentlich ganz cool, wenn man mal schnell eine große Anlage einfach mal ausprobieren möchte, einfach noch bauen möchte und gucken möchte, wie es so läuft. Ist natürlich auch nice. Genau, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was vergessen habe. Genau, es wird im Shredder eine Unterscheidung geben zwischen den normalen Items und den Items, die man aus Alien herstellen kann, aus Alienfleisch. Da ist es ja momentan so, wir haben ja diese, huch, wir haben ja dieses Alienfleisch, Moment, jetzt muss ich mal gucken, was war denn hier nochmal die Enzyklopädie hier, muss jetzt mal wieder hier richtig reinkommen, Genau, wir haben ja dieses Alienfleisch jetzt seit der neuesten Version Alienprotein und da kann man ja diese organische Datenkapsel herstellen und die kann man dann wohl schreddern und dann gibt es dann wohl irgendwie einen höheren Anteil an Ertrag irgendwie. Es ist quasi so eine Art Belohnung dafür, dass man die Viecher halt verarbeitet hat, irgendwie so ähnlich und da gibt es dann anscheinend mehr Coupons oder so und deswegen wird das irgendwie separat ausgewiesen von den normalen Items. So habe ich es zumindest verstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, ich habe es schon, ich glaube, er meinte das schon so, weil sonst würde es auch keinen Sinn ergeben anders. Genau. Und dann ändert sich noch was am, ja, am Stromsystem und Snud hat versichert, dass das keine negativen Auswirkungen haben sollte auf unsere Fabriken oder Stromerzeugung und zwar geht es um die Kernkraftwerke, also unter anderem auch um Kernkraftwerke, aber ich glaube generell auch um Kraftwerke. Es wird ein bisschen was geändert bei der Stromerzeugung, also bei Kernkraftwerken insbesondere wird es so sein, dass der Wasserverbrauch angepasst wird. Das war ja bisher immer so ein bisschen so ein Ding, dass bei dem Wasserverbrauch, dass man da immer am Ende so eine krumme Zahl hatte, die nicht über die Rohre komplett übertragen werden kann. Und jetzt werden halt die Kernkraftwerke weniger maximal Wasser verbrauchen und das führt dann halt dazu, dass wir im schlimmsten Fall eigentlich nur mehr Wasser als nötig an die Kernkraftwerke schicken und das ist gut, weil dann kommt es nämlich nicht zu diesen kurzen Ausfällen, die dann teilweise auch mal bei einigen passiert sind. Also die Kernkraftwerke werden dann einfach durchlaufen und werden zuverlässiger und das ist generell natürlich was Schönes. Genau und ich meinte, er meinte auch irgendwie, dass bei der Übertaktung, das war diese Änderung, die beim letzten Mal schon kommen sollte in Update 6, die soll jetzt wohl doch kommen, weil die ja beim letzten Mal irgendwie dann doch rausgeflogen ist und jetzt könnte es sein, dass sie vielleicht, wobei er das nicht genau wusste, jetzt dann kommt. Wie gesagt, die Übertaktung ist sowas, das ist mir eigentlich egal und meine Kernkraftwerke laufen auch, also ich kann mich da nicht unbedingt so beschweren über diese Dinge oder beziehungsweise es sind jetzt keine Änderungen, wo ich sage, hui, das ist jetzt der der wahnsinnige, wahnsinnige Innovation, aber ich denke mal, es wird schon seine, seine guten Gründe, haben, das zu machen. Insofern, ja, also kann ich nicht so viel zu sagen zu diesen Änderungen, aber ja, generell ist natürlich das immer gut, wenn Dinge angepasst werden. Nisch wahr? Ach, wie geil dieses AKW einfach von oben aussieht. Ich freue mich immer, wenn ich dieses AKW sehe, ich weiß auch nicht. Das ist halt irgendwie eine tolle Anlage geworden. Muss ich jetzt hier an der Stelle auch mal sagen, aber ich schweife ab. Genau, also wir halten fest, Map Änderungen, es wird ein Bereich verschwinden und zwar, ich zeige es nochmal auf der Karte, weil ich glaube, das ist noch vom Weiten nicht so ganz klar geworden. Paradise Island, wie gesagt, das ist der Bereich hier drüben. Hier ist glaube ich meine Brücke am Wasserfall und das ist Paradise Island und die wird verschwinden. Wo Paradise Island gesagt wurde, da hätte ich erstmal überlegen müssen, was zum Teufel ist eigentlich Paradise Island, habe ich erst so gedacht. Ich dachte erst, es wäre irgendwas hier oben gemeint, weil das sieht ja mehr eher aus wie ein Paradies hier oben. Habe ich erst gedacht, hä, sie haben doch gerade erst die Insel hinzugefügt, wir sollen sie gleich wieder wegmachen. Ne, es ist die Insel hier unten links in der Ecke und ja, ich bin gespannt, was dann da hinkommt, ob da überhaupt irgendwas hinkommt. Vielleicht kommt das auch komplett, wie gesagt, weg und es wird einfach nur ein riesiger Wasserfall dahin gepackt. Keine Ahnung, das werden wir sehen. Genau, dann im Roten Wald, das ist ja hier das Gebiet, werden noch mal ein paar minimale Änderungen vorgenommen. Es sind nur minimale Änderungen, aber er sagte, es kann halt durchaus sein, dass vielleicht die ein oder andere Anlage da leicht in Mitleidenschaft gezogen wird, insofern, dass die dann halt wahrscheinlich wieder ein bisschen im Gelände drin hängt oder so. Es sind ja meistens keine gravierenden Änderungen, zumindest jetzt nicht gewesen in der letzten Zeit am Gelände. Genau, und dann war ja eigentlich auch noch angesagt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt hier schon mit dabei sein sollte. Wahrscheinlich nicht, er hat es glaube ich nicht erwähnt. Es sollte ja auch eigentlich noch der Titanenwald geändert werden. Und das ist interessant. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das 1.0 Update noch nach Update 7 auf sich warten lassen wird und dass da noch ein Update dazwischen liegt, dann könnten sie das natürlich in Update 8 noch anpassen, wenn das jetzt in Update 7 nicht drin ist. Also, das heißt, es könnte bedeuten, dass nach Update 7 noch ein weiteres kleineres Update kommt, wenn sie das in Update 7 nicht schaffen. Bin ich sehr gespannt. Also, so oder so, dieser Titanenwald muss dringend überarbeitet werden. Definitiv. Das ist so mein persönliches Gebiet, wo ich sage, das möchte ich eigentlich am dringendsten überarbeitet sehen. Da habe ich auch so gut wie nichts gebaut, weil ich das auch einfach total hässlich finde. Muss ich ganz ehrlich sagen, diese Bäume sind einfach nur das schreckliche Albtraum. Auf jeden Fall, genau. Ich hoffe, das wird auch irgendwann mal gemacht. Genau. Und ansonsten, ähm, ja, bleibt eigentlich alles soweit, zumindest maptechnisch, unangetastet. Was ja eigentlich, äh, auch ganz gut ist so. Ja, und jetzt ist es hier Nacht geworden. Unglaublich. Genau. Ja, ihr werdet vielleicht auch festgestellt haben, dass ich in letzter Zeit ein bisschen weniger Sucht Distractory spiele. Vielleicht auch mal so ein paar Dinge so in eigener Sache, an der Stelle. Das liegt einfach aktuell daran, dass es ist momentan Jahresende. Also kann man schon sagen, auf YouTube ist, fängt das so ein bisschen immer an, äh, ab Oktober kannst du sagen, ist eigentlich schon Jahresende, das Finale des Jahres. Und dann steigert sich das halt und das heißt, bei Social Media, es kommen immer mehr neue Sachen raus, immer mehr neue Spiele kommen raus, damit halt in dieses Weihnachtsgeschäft hinein halt, ähm, Content veröffentlicht werden kann. Und das ist halt Wahnsinn, was da alles kommt, an neuen Spielen aktuell. Wir haben ja jetzt gerade auch ganz viele coole Sachen auf dem Programm. Wir haben Stranded Alien Dawn, diese Mischung aus Rimworld und die Sims, das ist einfach der absolute, der absolute Oberwahnsinn mit der Frauenkolonie. Wenn ihr das nicht gesehen habt, unbedingt mal reinschauen. Grounded ist auch sehr cool, ist jetzt endlich final, ist aus der Early Access raus und da ist so viel Content drin, Es ist einfach unglaublich, das reicht einfach für, für dutzende Folgen, die immer noch, die wir immer noch weitermachen können tatsächlich. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Mannerlords, die Demo, da hatte ich auch ein bisschen was auf Tasche aufgenommen, damit ich da immer mal auch noch eine Zusatzfolge dann am Wochenende bringen kann, obwohl die Demo schon zu Ende ist, das muss man sagen. Habe ich das immer noch im Programm und ja, noch viele andere Sachen, wir hatten auch die Aqua, Aquatico-Demo hatten wir auch angespielt und solche Sachen. Es ist so viel und da kommen ja immer noch mehr Spiele raus. Jetzt, das ist echt der Wahnsinn. Deswegen ist es schwierig, da jetzt Satisfactory irgendwie einzutacken, wo man ja auch immer, wenn man da was macht, ein bisschen mehr Zeit braucht, ja, wenn man hier irgendwie was bauen will oder so. Das geht ja nicht in 5 Minuten, da muss man ja schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Die Zeit ist einfach gerade nicht da. Jahresende ist immer 4 los. Deswegen, da müssen wir mal schauen, wenn jetzt natürlich Update 7 und das hat der Snud gesagt, noch dieses Jahr wirklich noch kommt, also er meinte, dass es dieses Jahr noch kommt, ich hoffe, das halten sie dann auch, dann muss ich mal schauen, dann werde ich natürlich versuchen, noch ein bisschen mehr Satisfactory wieder einzutakten. Das wird natürlich ein bisschen davon abhängen, wann das jetzt konkret wird mit Update 7 und wie viel Content da jetzt eigentlich genau drin ist. Wie gesagt, es sieht aktuell so aus, als wäre da nicht so viel drin. Müssen wir mal gucken, wie ergiebig das dann ist und ob ich es schaffe, das dann immer mal so einzuschieben. Aber ihr seht ja, wenn es Neuigkeiten gibt, mache ich ein Video dazu. Ich bin also immer noch, was Satisfactory angeht, auf der Lauer. Es ist halt nur schwierig, gerade jetzt so krasse Projekte irgendwie umzusetzen, irgendwelche riesigen Gebäude und Fabriken oder so, da ist einfach die Zeit gerade nicht da. Aber für so ein kleines Update-Video, das kriege ich natürlich dann immer noch hin. Nicht, dass ihr euch wundert oder hier denkt, Satisfactory wäre zu Ende oder so. Nein, das ist es nicht. Es ist halt nur vorübergehend ein bisschen, wie sagt man, in einer schöpferischen Pause sozusagen. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Genau. Und ich bin mal sehr gespannt, wann wir die ersten Teaser zu dem neuen Update, zu Update 7 bekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß zwar nicht genau, was sie genau anteasern wollen, weil Snud war jetzt ja eigentlich schon relativ konkret, was da drin sein wird und so. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ein bisschen Hype werden sie ja schon noch schüren zu bestimmten Sachen, schätze ich mal. Wir werden es sehen, meine lieben Freunde. Wir werden es sehen. So, hier haben wir jetzt nochmal einen Blick auf Paradise Island. Einer der letzten wahrscheinlich, einer der letzten Blicke auf diese Gegend, bevor sie verschwinden wird. Naja. Sie ist irgendwie schon schön gewesen. Ich hatte mir immer so ein bisschen vorgestellt, dass in der Gegend mal irgendwie mal was noch dazu kommt und dass vielleicht der tödliche Bereich noch ein bisschen verschoben wird, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr entdecken kann oder so. Aber leider kommt es halt einfach weg. Ist irgendwie schon ein bisschen schade. Weil man hat sich irgendwie dran gewöhnt an diese Aussicht. Ich bin gespannt, was dann da hinkommt, wenn überhaupt irgendwas da hinkommt. Vielleicht auch, wie gesagt, einfach nur ein Wasserfall oder so. Wir werden es sehen. Wir werden es in Update 7 sehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielware mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen. Für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was. Einfach nur, indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen. Das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Sucht dies Factory. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.